Musik Probenstunde in der Rockakademie im schwedischen Vorrössund. Die Band heißt Mudwalk. Alle Mitglieder sind im zweiten Semester und alle sind junge Frauen. Im Rock'n'Roll stehen Frauen noch immer ziemlich einsam da. Schweden will das nun ändern. Rock'n'Roll und Blues sind immer noch sehr Männerdomänen. Ich fühle mich wohl mit den Mädchen. Wenn ich nicht hierher gekommen wäre, hätte ich wohl nie Bass gespielt. Bei Jungs ist es ja ganz normal, wenn sie Musik machen. Ich will mich ihnen gegenüber nicht unsicher fühlen, aber ich tue es trotzdem. Die schwedische Regierung finanziert das wohl weltweit erste Projekt dieser Art, um etwas für die Gleichberechtigung zu tun. Zwei Jahre lang lernen die Mädchen alles über Hardrock, Pop, Blues und Instrumentalmusik. Auf dem Stundenplan stehen Proben, Aufnehmen und sogar das Reparieren ihrer Instrumente. Und das alles ohne Männer. Wir sehen das als einen Weg, um mehr Mädchen für Rock'n'Roll zu begeistern. Die, die schon im Geschäft sind, sind meistens Sängerinnen oder Singer-Songwriter. Als Musikerinnen, an Instrumenten sieht man Frauen eher selten. Die wollen das ändern. Letztlich geht es um Demokratie, weil Frauenrechte eine demokratische Frage sind. Die Mädchen üben, essen und leben zusammen. Alles unter dem Stern des Rock'n'Roll. Die Lehrerinnen sind sich sicher, dass ihre geballte weibliche Kraft die Musik bereichern kann. Sie sollen lernen, wie sie sich selbst ausdrücken können. Jungs oder Männer konzentrieren sich eher darauf, zu proben, zu üben, Tonleitern zu spielen und schnelle Gitarristen zu werden. Ich glaube, bei Frauen klingt es ausdrucksvoller. Die Mädchen sind aber nicht männerfeindlich eingestellt, weder im Leben noch bei der Wahl ihrer Vorbilder. Ich mag John Bonham von Led Zeppelin und Jimi Hendrix. Mudwalk haben bereits ein Musikvideo gedreht. Derzeit touren sie durch Skandinavien. Die weibliche Revolution im Rock'n'Roll hat begonnen. Die Weibliche Revolution im Rock'n'Roll hatawa